Endlich ist es soweit, hallo und willkommen zur Dota2Asian Championship 2015 im ersten Spiel für mich im Playoffs und im dritten Spiel des Playoffs zwischen Navi vs. EG. Die Navi eG haben bisher schon einmal in der DLC gegeneinander gespielt. Hey, klar, Gruppenphase, irgendjemand muss mal gegen jeden spielen. Da ging es 1-0 für EG aus und wurden von Navi doch recht überrannt mit einem Aix. Das wird jetzt nicht mehr passieren, denn Aix wurde gebannt, außer mit Rubik raus. Trotz des Verlassens von Kuro aus Navi ist immer noch Vanscore ein sehr guter Rubik-Spieler, der auch im letzten Spiel gegen EG eingesetzt wurde, um ziemlich das Spiel zu gewinnen, würde ich mal so sagen. Aber dafür haben wir einen Chen, auch wenn es kein Papi-Chen ist, wird es ein Chen für Navi im First Band, außerdem gebannt, Batrider und ein Necrophos, der letztes Game von 4 gespielt wurde. EG going hier erstmal mit Venture for Spill the Drone Ranger. Also die alte C9-Strategie, die aber auch von EG jetzt auch aufgebaut wurde, von daher kommt aus North America, Kanada, wenn man Eternal Envy nimmt. Und tja, Venture for Spill the Drone Ranger, von daher wahrscheinlich ein Visage-Ban von Navi. Andererseits, viel Gerede war eigentlich mit Navi und der Hauptteil des Draftes soll eigentlich auf dem Troll-Hervost basieren. Würde ich jetzt zustimmen, also Hervost-Troll ist so ziemlich das, eines der stärksten Carries, die wir glaube ich bisher so in dem Tournament gesehen haben. Von daher würde ich hier stark von einem Troll ausgehen, aber tatsächlich Chen und Wisp von Navi. Best of 3, von daher muss hier noch nichts geregelt werden. Bisher ist es glaube ich alles, ja, es ist ein... Okay, nein, Spoiler, egal. Anyway, lassen wir das. Wir haben bisher 42 Minuten Verspätung, aber mal schauen, wie weit das sein wird. Außerdem, zumindest für uns aus der europäischen Zeit ist es nicht so das Problem, denn, hey, es ist jetzt gerade irgendwie 11 Uhr. Ob das Spiel jetzt um 13 Uhr oder um 13.40 Uhr losgeht, wird wahrscheinlich eher positiv für Leute sein, denn vielleicht sind manche schon mit der Arbeit dann fertig und können uns zugucken hier. Wir haben den Storm-Spirit-Ban von Navi, klar, Sumel Storm-Spirit, 2 OP. Der Junge geht ab mit dem Detail, dementsprechend hier auch der Bann direkt von Goblack. Toys für Dandy in der Mitte rausgenommen. Weiß ich nicht. Ich bin mir eigentlich immer noch sicher, dass der Troll hier eigentlich der Core von Navi ist, zusammen mit einem eventuellen Dandy Magnus, was meistens genannt wurde. Da kommt der Visage-Ban. Draw Visage-Venge wäre ein bisschen viel, aber es sind auch so Dinge drin wie Windranger und... Weiß ich nicht, was halt noch sonst so ein paar Gute Supports hier sind. Sie brauchen noch Initiation. Und genau, da könnte, ja, weiß ich nicht, mit Aura-Strat vielleicht Beastmaster sein. Aber erstmal ein Pack für die Mitte zum Mail. Pack, wie es scheint. Brutemother als letzter Wahl von EG, okay. Habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen. Es gibt gute Brutemother-Spiele, es gibt aber auch Spiele, wo Brutemother nichts tut. Das ist so ein Hit- und Miss-Zero. Eigentlich sehr schwierig, gegen zu dealen. Besonders halt ohne AOE, wo jetzt EG bisher scheint so hinzugeht. Jetzt packen sie ein bisschen Burst-Damage, aber ansonsten wird das wohl Aura bis Ranged-Damaged-Squad mit Draw-Ranger zusammen. Müssen wir jetzt gucken. Ich glaube, da wäre ein Magnus gar nicht mal so schlecht gegen. Einfach reinblinken, AP zünden und Leute zu dir hinschören. Das könnte eigentlich mit Magnus und Trollen eine ganz gute Sache sein. Außerdem wäre das eine aggressive Strategie, die Navi eigentlich ganz gut passen würde. Ja, bin ich mal gespannt. Eigentlich sollte es hier einen Troll für Rwost geben. Es sei denn, er sagt sich, hey, nö, kein Bock mehr. Ich habe ja zu oft gespielt. Aber aus der Historie weiß man, Rwost damals noch sehr wenige Carries, von daher zu oft gespielt wird es für ihn wohl nicht geben. Beastmaster tatsächlich für Navi. Also die komplette Aura-Strat von EG wird damit geblockt. Eine Aura, immerhin eine wichtige, ist raus. Allerdings wahrscheinlich offline Beastmaster. Dann Mitte Wisp plus X, Shen im Wald. Das ist aber super greedy von den Lanes her. Wenn sie der Puck auf die Bottom-Lane schicken. Greedy für Navi. Bin ich mit den Lanes nicht so sicher. Das, 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 okay. Shen ist im Wald und Wisp muss dann Solo-Supporten auf einer Lane. Und da kommt der Invoker. Okay. Naja, wird wohl in Mitte. So Male Invoker entscheidend. Puck offline. Auf Universe. Oh Gott. Navi haben hier ein kleines Problem. Ich bin gespannt, was jetzt noch zwei Chores auspacken wollen, was das hier rumtritt. Klar, sie können schon snowboarden mit Shen und Beastmaster halt ein bisschen pushen, aber das ist ein Damage, was von EG rauskommt. Und sie haben halt auch die Control. Sie haben eine Venge, sie haben einen Puck mit Control. Und Invoker hat aber auch einige Level an Control. Auch mit Cold Snap. Und so. Ich glaube, es wird ein Exhort Invoker. Sollte sein. Besonders, weil die Aura, wenn aktiviert, eben auch auf die Fortspit geht. Ist ähnlich wie eine Visage dann quasi aufgebaut. Und da kommt der Danny Magnus. Bin mir ziemlich sicher, dass es ein Danny Magnus ist, aber gut. Verwurst Hero ist noch nicht draußen. Carry Beastmaster halte ich für recht unwahrscheinlich. Das ist aktuell. Und Juggernaut, Ben. Okay, Juggernaut wäre auch noch ein guter Möglichkeit gewesen. Hätte auch ein bisschen mit dem Push und dem Healing Ward. Aber, ja, wenn das kein Troll wird, dann wird es kein Troll, ja. Nein. Troll Last, Ben. Bin mir nicht sicher. Na, wir hätten ihn, glaube ich, schon vorher gepickt, wenn sie ihn haben wollten. Vielleicht ist es jetzt auch so, Go Black, okay. Wenn er jetzt immer noch drin ist, dann nehme ich ihn. Aber was ist sonst noch drin? Oder ein Hard Carry, der irgendwie an eine Drow rankommt. BKB hat. Es ist halt, es ist ein Troll. Aber, wenn sie ihn jetzt immer noch nicht gepickt haben. Was werden sie picken, ist die Frage. Evil Genius gar keine Reserve Time benutzt. Das ist auch neu. Das ist auch neu. Und der PA wird das sein. PA Magnus ist die Kombo von der Vos. Okay, technisch hätte man kommen sehen. Stimmt schon. Aber, hm. Gute Control, auch durch BGBs durch. Schwierig, da 5-4 immer hinten zu stehen. Aber, ja, auch mit Drow, vielleicht mit Blinkdagger, ist sie doch sehr evasive. Pack. Kann die Leute draußen halt Invoker mit dem Deathening Blast eventuell wieder zurückhauen. Witch Doctor steht halt auch da. Sie haben halt sowohl die Drow, die sie priorisieren müssen, als auch den Witch Doctor. Und dann, das ist halt schwierig. Und wenn Invoker halt auch noch draußen steht, pack. Sie haben halt prinzipiell 4 Helden, die sie irgendwie kontrollieren müssen. Plus, die Venture for Spirit, PPD, wird die wichtigen Helden rauswoppen. Und das, also, hm. Vom Draft würde ich sagen, dass EG hier den Vorteil hat. Das ist, das ist ein harter Draft von EG. Und ein harter Leck, wie immer. Die AC und so. Eh. Aber, naja. Bin ich mal gespannt, wie Navi das macht. Sie könnten mit dem Lineup durchaus snowballen mit der PA. Haben ja eigentlich hier halt nichts, was irgendwie fett ist. Von daher könnten einige böse Kritz hier rauskommen. Aber, tja. Muss man sehen. Herr Ross spielt bei Engst keine PA. Okay, ja, aber hey, es ist PA. Rechts klicken. Du musst halt nur den nötigen Skill haben, um die, äh. Um die Kuh de Kras zu machen. Und das, das ist der größte Punkt. Aber egal. Auf der Seite von Evil Geniuses haben wir wahrscheinlich Universe auf dem Pack auf der Offline. So Mail nimmt den Invoker diesmal in die Mitte Lane. Hab ich jetzt persönlich noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt. Bist hier nur Shadow Fiend und Storm. Wir haben Fear of the Roar Ranger. Aoi auf dem Witch Doctor. Und PPD, Venture Spirit. Die laufen jetzt hier rein, direkt in EG. Äh, in Navi. Aber wurden gescoutet. Nämlich von Goblake auf dem Chen. Wir haben Revost auf der Phantom Assassin. Vanscore auf dem Wisp. Bin mal gespannt, ob er mehr so die Mitte oder mehr... ...mehr die Safe Lane priorisieren wird für Revost. Und, naja. Dandy auf dem, ja, teilweise Signature Magnus zugeleitzt. Phanik auf dem Beastmaster Offlane. Wie das halt so ist. Beide... Tatsächlich, Phanik auf der Offlane kriegt hier den... ...den... ...die Rune. Und es werden Dual Lanes. PPD und Universe zusammen auf dieser Lane. Oder PPD geht nur Warden. Nein, hat kein Ward. Aber setzt schon mal hier vielleicht den... ...frisst schon mal den Baum hier weg. Um... ...um so Space zu machen. Hm. Tja. Camp ist bisher geblockt. Ward ist auch dafür. Aber der Rest sollte okay sein. Sentries. Nein, das ist ein Smoke. Für Goblake. Komme ich jetzt eigentlich nicht auf genug Papi, wenn Navi Chen spielt. Navi auch ohne. Kommt frühe Magic Missile raus. Aber kein Hit. Nur Harris und die auch noch gedodged. Ja. Chen Navi. Werde ich gucken, dass ich hoffentlich... ...das verhindern kann, da auch zu oft Papi zu sagen. Papi auf dem Chen. Tja, die Lanes. Gut, das ist noch eine Minute. Sieht man noch nicht so viel. Ansonsten... Anik sollte okay auf der Lane sein. Kann vielleicht ein bisschen... ...vieh Harrison. Aber sollte nicht zu weit vorne kommen. Boots first sind hier ja wichtig. Hat er auch... ...um halt von den Frosty Arrows irgendwie wegzukommen. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich... ...Rawust auf dieser... ...Dual Melee Lane. Auf dieser Dual Range Lane als PA. Kann er halt auch nicht farmen. Die Top Lane ist da gar nicht so gut. Müssen sie hier gucken. Der erste Creep von Chen geht schon down. Schöner Mana Burn Creep. Der hier ein bisschen PPD Low hält, für die Magic Missile zu verhindern. Allerdings auch Revoirs hat hier Angst. Und nimmt den kurzen Weg durch die... ...durch die Bäume durch. Wir haben hier einen Shen gesehen. Der in den Dire Jungle rotiert, gesehen wird. Und sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit Aoi bewettelt. Holt sich den Creep. Und wird ein bisschen auf Aoi gehen. Aber die Kast... Da kommt der Bounce. Aber schön. Immerhin nur ein Bounce. Anyway. Die Mitte wird wahrscheinlich... ...interessant sein. Außer, dass hier Gobletk wahrscheinlich... Aui, stirbt jetzt. Fannik hat die Rotation gemacht. Und hat mit dem Bohr natürlich auch den Slow, um in den First Blood zu holen. Schön gemacht. Wichtiger Kill. Es ist ein Best of Three. Aber es geht hier doch um einiges. Klar, Navi hat meistens... Also zumindest früher waren sie halt das Team, was das erste Spiel verloren hat. Und dann 2-1 gewonnen haben. Hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Navi baut auf Momentum. Und wenn sie das Momentum in Game... Oder wenn sie hier früh das Momentum kriegen, was sie bisher getroffen haben... ...dann könnt ihr das schon ganz gut sehen. Das einzige Problem, das ich hier sehe... Last Sits, die nahe ist... Ihr seht schon... Holy Crap. Das ist einseitig hier. Wir haben... ...all Lanes von EGD farmen. Und Navi hat prinzipiell keinen Farm hier rausgeholt. Damit sie das First Blood bekommen. Aber das ist halt... ...es ist halt nichts gegen den Farm, der hier gemacht wird. Fannik mit 9 Last Sits. Das meiste... PA hervost 5 Last Sits. Kann nichts machen. Wie gesagt, die Lanes von Navi sind praktisch nicht vorhanden. Und Chen, der jetzt auf der Lane sein muss, um irgendwas zu tun. Und halt einen Risp, der halt auch nichts irgendwie für Lane Control machen kann. Das ist böse für Navi. Und klar, Mitte Dandy gegen Sumail. Tja, das... Dandy als quasi damals jüngster Dota Pro und hoch gehypt gegen jetzt Sumail. Der den ähnlichen Status drin hat. Allerdings, weiß ich nicht, ob die Erfahrung von Dandy sich jetzt hier auszahlt. Ob Dandy zu alt wird gegen Sumail. Wie auch immer. Aber klar, das Matchup ist halt Magnus gegen Invoker mit Lags. Aber nur als Spectator-Modus. Ist kein einfaches Matchup für Dandy hier. Auch mit dem... ...schöne Skir aus der EMP raus. Der Slow reicht natürlich nicht. Shockwave ist da. Das könnte ein Kill werden. Das ist knapp. 200 Leben ist aber nicht genug für Shockwave. 2. 150 Magic Damage. Ist da nicht genug. Aber schöne Aktionen halt direkt aus der EMP raus. Auch der Bottom-Man der Phanik, der geharrist wird. Aber kein Slow vorhanden. Manedict macht Damage. Aber nicht genug. Sieht schlecht für Navi aus. Muss man einfach sagen. Die Frage wird sein, okay, wird Gobluck irgendwann mal einen Mech bekommen. Nicht mal Boots. Und wie sieht es halt mit Hervorst aus? Kann Hervorst irgendwie auf die Lane kommen? Navi tut es schon richtig. Sie ganken jetzt hier Universe. Prinzipiell mit allem. Aber natürlich hat Universe da gute Escapes. Und kommt da easy weg. Trotzdem halt, Vos braucht Space. Und wenn Universe halt einfach chastet. Und sie können nichts gegen diesen Puck machen. Holy Crap. Haben halt einfach keinerlei Control. Haben nichts dagegen. Und holt einfach das 1 zu 1. Holt sich das sogar noch mit Shen Creep. Und kann hier machen, was er will. In der Mitte ist so Male. Naja, wir haben 24 zu 13. Gegen 16 zu 3 Dandy. Er kann halt schon mit den Shockwaves haben, natürlich. Aber auch der Level-Unterschied sollte ein bisschen was... Okay, der Level-Unterschied ist nicht vorhanden, obwohl die Denies mehr sind. Naja, gut. Rotations und so. Funny, auf der Bottom-Man. Level 4 immerhin. Aber hey. Im Universe ist Level 5. Hat einen Kill. 1,0. 29 Last Sits. 30 Last Sits. Universe ist der Farmer gerade hier. Und 4 knapp hinter ihm. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Start für Navi. Sehr, sehr schwierig hier. Immer gespannt, ob sie irgendwie da zurückkommen können. Oder ob das halt einfach ein frühes... Na, eine frühe Entscheidung ist. Denn diese Lanes sind schon... Die Lanes sind schon eine harte, bittere Sache dafür. Navi braucht halt Pick-Offs, um zurückzukommen. Sie haben das Line-Up dafür. Müssen PA irgendwie fett leiden lassen. Brauchen wahrscheinlich Early-Fights. Und viel davon wird, glaube ich, von dem Magnus Blink abhängig sein. Von daher... Den muss Blink bekommen, PA muss irgendwas bekommen. Das Problem ist gerade, PA bekommt nichts. 20 Last Sits. Ist immerhin jetzt Top-Farmer. Aber... Es ist weit abgeschlagen. Fast die Hälfte an CS von allen Cores, hinter allen Cores von EG. Das ist bitter. Von Infinity den Kurier. Aber er kriegt nur einen Hit plus den Ball raus. Und natürlich wird der Kurier sehr safe hier zurückfliegen. Tja... Gobblex-Farm. 9 zu 1 auf dem Chen nach 6 Minuten. Chen kann sehr schnell den Weid-Farm. Aber... Es ist... Sind hier Stacks vorhanden? Nein, sind keine Stacks vorhanden. Die Wad hier ist gerade erst ausgelaufen. Von daher wird das Hardcamp bald erst für ihn verfügbar sein. Aber was... Was ein guter Start für einen EG. Dann haben wir langsam noch 7 Minuten auf die Grafen. Die sind im XP vorne und im Gold halt auch sehr weit vorne. 1 zu 1. Und sie haben das First Blood abgegeben und trotzdem knapp 2000 Gold schon vorher. Das ist bitter für Navi. Aber gut. Ich glaube, das haben wir jetzt... Naja. Gut. Weit genug gehypt. Klar kann man es nicht so oft sagen. Nicht oft genug sagen. Einfach wie weit Navi zurück ist. Trotzdem. Was muss Navi machen? Navi braucht einen Blink-Dagger. Goblack muss gute Gangs auf dem Chen hinbekommen. Ich weiß nicht. Sie sind auch bald so weit. Funix sollte jetzt auch Level 6 sein. Na, noch nicht ganz. Aber wird nach der nächsten Creep-Helf, die gerade gepullt wurde, Level 6 werden. Wird jetzt hier wahrscheinlich auch contesten. Mit der Erfahrung könnten sie halt den ersten Raw bekommen. Und halt hier einen Pick-Off rausholen. Ah, aui. Da wird aber auch geslowt. Das könnte von dem Biest reichen. Aber nein. Ist schon zu weit hinten. Wäre zu greedy. Jetzt auch die Rotations von Sumail. Denn Dandy ist tot. Och, come on. Wird das überhaupt jetzt irgendwann angezeigt? Hm. Mit den Legs ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Dandy ist tot. IMP-Tornado. Okay. Und PPD, der auch tiered ist. Nevermind. Na gut. Also auf jeden Fall nicht das Start. Wie gesagt, ich habe gesagt, Dandy braucht einen Link. Ja. Dandy hat jetzt Arcane Boots. Immerhin. PA kriegt immerhin ein bisschen Space. Oder ja. Mittelmäßig. Aber richtig starke Performance von EG gerade. Sumail auf dem Weg zum Orchid. Ich habe am Anfang gemeint, hier, okay, es ist ein Exort. Aber nein. Es wird ein Quas-Wechselinvoker, der mit Orchid jagen geht. Und das ist eine ziemlich gute Wahl. Weil prinzipiell Navi braucht Pick-Offs. Navi muss ganken. Und hat nicht so den klassischen 5 gegen 5 Teamfight. Das heißt, wenn Sumail irgendjemanden scoutet, wenn die Wave of Terror irgendjemanden scoutet und ein Pack reingeht, dann haben hier EG auf jeden Fall den Vorteil. Wollen hier die Negation haben mit Pack. Und wollen halt auch immer sicher sein, wo Leute sind. Navi ist nicht das klassische 5-Hero-Lineup. Von daher wird hier der Invoker, der irgendwas rumläuft mit Orchid und fortspürt Cold Snap wahrscheinlich. Eine sehr starke Force sein, auf jeden Fall. Schauen wir jetzt mal, wie das im Ersten geht. Smoke gebrochen. Ah, IMP daneben. Schön schnell rausgeteilt hat von Vanscore. Bevor da irgendwas passieren konnte. Schauen hier. Vors geht rein. First hit Bash. Bash. Ah, okay. Der, ähm, Funic, der Raw kam raus. Okay, die Animation ist jetzt immer noch nicht rausgekommen. Das TV ist immer noch. Ja, es suckt halt wirklich mit den krassen Lags hier. Asian Dotto, Best Dotto. Denkst du dir, okay, warum sind Leute gescunt? Ja, Funic war vorbei. Hat schön Raw gemacht. Wunderschön gemacht. Hätte ich auch gerne besser gehypt. War eine schöne Aktion, auch von hinten zu kommen. Aber, ja, nichts zu tun. Okay. Der erste Gang von EG ist fehlgeschlagen. Immerhin ist zu Mail als, okay, als dritter auf dem Bot tatsächlich nur nicht gestorben. Aber das Orchid ist halt auch ein wichtiges Item für EG. Klar, packt Blinkdagger, ist eine coole Sache. Ist jetzt auch noch gestorben, gestorben. Aber, ja, trotzdem das Orchid ist halt eine ganze Ecke mehr. Weil dann können wir halt wirklich Solo-Kids genommen werden. EG mit dem Ranger, okay, muss jetzt hier scoren. Schafft auch einfach weg. Maledict macht noch ein bisschen das Damage, aber Magnus ist halt auch ein schwieriger Held, mit dem Invocor zu catchen. Und deshalb halt auch das Orchid ist sehr wichtig. Wie viel vom Orchid kommt hier angeflogen? Ja, geht zu viel. Ein Oblivion Staff. Dann fehlt noch ein Quarter Staff und das Rezept. Wird es wahrscheinlich 13 Minuten oder so bekommen. Je nachdem, wie die Lasts jetzt hier laufen. Tja, Vanscore versucht hier ein bisschen zu stacken. GoBlack palmt das Ganze dann ab, ist auf dem Weg zum Mecha, hat aber gerade erstmal das Headress. Hat hier ein Stack, ein Triple Stack immerhin an der Seite. Universe muss hier raus-TPen tatsächlich. Hat das Orb. Das Orb benutzt. PA, also langsam hat er was Space. Geht jetzt auf dem Weg zum Yasha. Oder hat das Yasha fast fertig. Kein Lifesteal für ihn. Oh, das kann mir noch kommen. Auch Yasha als Farm Accelerator erstmal hier benutzt. Ancient Stacks scheint er nicht zu priorisieren. Auch das Battlefield braucht er halt auch nicht wegen dem Empower of Magnus. Tja, Beastmaster, Necro first. Auch eine, ja, eine Standardsache eher, würde ich jetzt mal so sagen. Das sind halt die Items, die da rauskommen. Invoker, Orchid, ja, 13 Minuten. Ja, ne, 13 Minuten für 700 Gold. Nope, nicht wirklich. 15, 15 Minuten, Orchid. Vielleicht würde ich jetzt eher sagen, PPD kommt nicht ganz ran für uns dann. Sonst war man nicht da, aber na, wie diven tief hier unten. Haben wir den Raw gehabt. Und kriegen im Witchstock tatsächlich nur das Problem ist, wie viel bekommen sie noch? Okay. Listen relocate. Da kommen sie auch einfach raus. Zum Mail noch schön mit dem letzten Swap, äh, mit dem letzten Slow, aber das hilft fand ich nicht. EG Universe und EG PPD rotieren hier wunderbar rein und holen sich diesen Pickoff hier. Haben halt auch den Ward. Und, naja, Navi hat er kein Wort. Außerdem kam halt Fanix sowieso nicht mehr da weg. Hat immerhin, hat er Rezept kaufen können? Ne, war knapp. Hat er nicht recht, dass er das Neko kaufen können, war ein bisschen zu wenig dafür. Denn die snackt sich jetzt diesen Stack. Und wird damit genug sein, genug haben für den Blinkdagger. 13 Minuten Blinkdagger. Es ist nicht so schlecht, wenn man bedenkt, was für eine Lane er hatte. Aber jetzt 68, er kommt wieder. Zum Mail hat ein bisschen nachgelassen quasi. Und tatsächlich, so langsam, auch Reworst, hat jetzt den Farm von Universe. Klar, der ist jetzt auch raus sortiert. Kann jetzt andere Dinge tun. Trotzdem so ein bisschen langsam. Langsam kommt Navi wieder rein, ja. Klar, 4 ist weit vorne. Aber Zum Mail, hm. Zum Mail hat jetzt bald das Orchid. Und dann wird die Laning-Stars-Würrung vorbei sein. Er wird halt versuchen, Heroes zu farmen. Bislang wird das, glaube ich, ein ziemlich gutes Timing sein. Einfach nur, weil die Laning-Stars-Phase für Navi halt noch nicht vorbei ist. Blink für Magnus, dann könnten wir einige Traps sehen oder sowas. Auch das Mekka ist jetzt für Chen da, nicht für Papi. Für Chen, für Goblack da. Von daher haben sie auf jeden Fall jetzt die Möglichkeiten und die Items halt auch nicht mehr eine Laning-Stage zu machen. Aber besonders halt, Fanic wird noch eine Weile auf der Lane stehen. Und das wird dann wahrscheinlich ein Easy-Pick-Off für den Invoker werden. Die Frage ist, wie weit Navi da rotieren kann. Und, naja, wie weit Navi jetzt was zusammen macht. Und anscheinend, wenn sie einfach in den Rochon reingehen. Okay. Also, Navi wollen den Teamfight haben, so wie es scheint. Sagen sie sich, okay, wir sind jetzt gerade stärker. Und wir fighten einen Impid gegen einen Quas-Wechsel-Invoker. Und einen Puck und einen Death Ward. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Ich bin mir nicht sicher. Api... Nein, nicht geblinkt! Dandy, die Api komplett verhauen. Relocate musste gesaved werden hier. Und ich weiß nicht, was Navi sich da gedacht hatte. Okay. Relocate nur auf den High Ground. Es ruckelt sich vor und es ruckelt sich zurück. Aber bis auf Goblet, der hier stirbt, passiert nichts. Tower Destroyed for the Radiance. Der Mitte-Tower geht down. Was war der Plan hier für Navi? Einfach reinzugehen? In welcher Welt hätte das funktioniert? Bin mir nicht sicher. Okay, Navi gehen rein, verliehen Goblet. Mussten rausrelocaten. Ein Api auf nichts. Vielleicht wollten sie halt auch einfach mal die Api benutzen und halt ein bisschen Action hier machen. Einfach im engen Space, wo ja hier doch recht eng ist. Ein bisschen da hinkommen. Aber ja, erstens hat das mit Danny nicht geklappt. Und zweitens... Ah, ah, ah. Das... Naja, man hätte reinzumachen können. Das hätte wahrscheinlich schon eher geklappt. Aber so weiß ich nicht. So. Der erste Gang von Sumel geht aus. Orkid ist da. Orkid geht los. 455 Movement Speed Invoker. Geht auf den Weg. Guckt mal, was er findet. Er findet her Wurst und Goblet. Das ist vielleicht keine gute Idee. Haben sie hier Detection? Sie haben... Irgendwas wurde da benutzt. Animation wurde nicht eingesetzt. Vielleicht kommt hier Smoke Animation noch? Ne. Okay, ich weiß es nicht, ob das jetzt hier ein Dust war oder nicht. Scheint aber nicht gewesen zu sein. Zumindest kam die Animation nicht. Irgendwas wurde benutzt. Aber keine Ahnung. Schön, aber auch gesehen. Trotzdem keinerlei... Keinerlei Detection gerade für Navi. Sollten sie vielleicht ändern. Jetzt haben sie hier Sentry Wards. Aber auch nur ein. Wo ist in der Erste schon gestellt worden? Hm, nicht sicher. Nur gut. Es ruckelt sich vorwärts. Navi gehen zusammen rum. Gehen als Team rum. Das ist halt auch das, was sie machen müssen. API ist wieder online. Mal schauen, ob sie nochmal die Rutschland-Aktion machen. Einfach so, okay. Lass einfach nochmal machen. Finden jetzt hier tatsächlich den Ward. Schon gesehen. Ich glaube, im letzten Teamwelt war es auch absehbar, dass es gesehen wurde. Oh, das Mail kommt hier rein. Initiated of Goblet. Auf der anderen Seite haben wir EG, die von links kommen. Oh, die Kars tötet tatsächlich hier noch Goblet. Und wie, das ist nur Goblet, der down geht. Und Navi bekommen nicht den Teamfight, den sie bekommen wollen. Mal schauen. Dandy hat aber auch kein Ziel. EG Splitten wissen halt auch, dass sie ohne Goblet nicht wirklich fighten können. Und dass Navi eigentlich ohne die Hand of God nicht fighten will. Ohne Mech, ohne Hand of God. Und wieder schöner Pick-Off auf genau den Core-Heroes, ohne den Navi nicht fighten können. Ich meine, mit Whisper hätte man vielleicht noch reingehen können. Und einen Buyback machen können. Aber, gut, ohne Funny hätten sie auch nicht fighten können. Deshalb halt schon ganz gut den einen Squishy-Helden rausgenommen. Ohne den Navi nicht fighten können. Nun gut. Komplex wieder da. Nächster Versuch. Mal schauen. Ob es der nächste Versuch hier wird. Ist zu Mail. Steht Wache, dass hier nichts hochkommt. Und Navi nur noch einen Weg haben. Nämlich wieder gehen Roshan. Und, naja, vielleicht wird es jetzt besser. Der Ward, oh, ganz knapp. Sieht den Ward hier nicht. Anscheinend wussten EG, wo der Sentry Ward hingestellt wurde. Haben dementsprechend den Ward ein bisschen weiter runter gemacht. Und, ja. Navi geht wieder in Roshan rein. Und schauen wir mal, ob EG das jetzt wieder contesten will. Anscheinend. Ja. Sieht so danach aus. Universe tippeet jetzt auch. Zu spät kommen. Tun sie nicht. Sie haben zwar eine Mensch. Ja, sie haben halt keine Mensch für Spirits. Sie haben halt keine Minus Armor. Das ist immerhin die Hälfte. Denn die wird ein bisschen intensiviertet. Pack-Op fliegt rein. Passiert erst noch nichts. Ich habe hier doch ganz gut Zeit irgendwie. Den Team-Files zu beschreiben. Wenn es so dermaßen leckt. Perfect World, please. Unten auf der Bottom-Lane wird jetzt Phanik gefunden. Alleine und von Fear und Universe in die Luft gejagt. Roshan geht an Navi. Roshan kriegt hier EGIS. Und wie das Skull-Black, der hier low wird, kriegt er noch das Mekka raus. Ja, kriegt diesmal das Mekka raus. Sumale ist an der Hinterhand. Oh, und wird von der Vos ziemlich in die Luft gejagt. PPD ist jetzt der nächste, der jetzt down geht. Schöner Swap nach hinten. Okay. Vielleicht keine gute Idee. Ein komplettes Deathboard geht down. Aber passiert nichts. Der Vos kriegt jetzt dann noch Aui. Der hat noch ein paar Stick-Charges. Wird ihr wahrscheinlich down gehen. Ja, da kommen die Balls auch angeflogen. Whisp putt sich mit dem letzten Ball noch den Kill. 4 zu 2. Weil dieser Teamfight ohne... Okay, IP wurde eingesetzt. Aber kriegt ja noch den Pack. Okay, deshalb wurde die IP eingesetzt. 4 zu 2 in dem Sinne der Trade hier. Plus Aegis. Was ein Fight für Navi. Obwohl man mit den Lags und mit diesem Spacing, was sie gemacht hatten, hat quasi nur Solo die Heroes gechased. Da doch nicht so viel Hype hätte sehen können, wie dieser krasse Teamfight passiert ist. Denn Navi ist zurück. 7-7. Die Grafen sollten jetzt sich quasi wieder ausgleichen. XP ist wieder even. Und es ist extrem krass, dass hier Navi trotz, dass sie so weit zurück waren, halt einfach den Teamfight so gespaced spielen können. Und so sehr einfach nur einzelnen Heroes hinterherlaufen. Mit einzelnen Heroes. Dass sie das trotzdem so schaffen. Hätten wir erwartet, dass Aegi halt in einzelnen Heroes stärker sind als Navi. Und Navi deshalb als Team spielen muss. Aber nein. Herr Wurst und Vanskov laufen einfach Helden hinterher. Denn die jagt alleine Puck. Obwohl Puck eigentlich ein Networth, dachte ich, über ihm ist. Na, jetzt nicht mehr. Aber Leute jagen einzelne Leute. Fannik hat auch... Okay, Fannik hat den Künstleren gezogen. Auf dem Beastmaster. Auf der Seite. Aber... Ja, wie? Okay. Balls sind vorhanden. Und anscheinend scheitert es zu finden. Außerdem, Herr Wurst, wir haben es jetzt langsam gesehen. Er hat noch keinen BKB. Er hat ein Aegis. Und er brauchte sie nicht. Und trotzdem... Solo in alle. Ich weiß nicht. Das war auch ein bisschen komischer Swap da eben. Von PPD. Der irgendwie Puck da reingeswappt hat oder sowas. War ich nicht ganz sicher. Ich dachte schon, schöner Swap. Schön, äh... Den Low Hero weggeswappt. Aber nein. Mitten in Navi rein. Instant Lee gestorben. Bisschen komisch. Ja, und jetzt Navi. Schauen wir mal, ob sie den Tower hier holen können. Was ein Leck. Oh, please. Oh, please. Sind wahrscheinlich auch die ganzen Zuschauer, die hier zugucken. Ich glaube, sie sind bestimmt 100.000 oder so. Tja. Das... The Death Ball of Navi is rolling. Navi sind gesmoked. Smoke Animation kommt zwei Sekunden später. Wie das halt so ist. Aber Herr Wurst sagt, pfff... Smoke brauche ich nicht. Ich brauche Farm. Ich brauche heute auch langsam das BKB. Was kommt da? Das komplette BKB? Ja, das komplette BKB für Herr Wurst. Oh, oh. Das ist groß. Sneaky Ward hier von Navi. Findet EG erstmal nicht. Und sehen sie auch nicht mit dem Ward. Schöner Ward. Aber wird wahrscheinlich, sobald sie es erstmal hier oben vorbeilaufen. Oder da vorbeilaufen. Oder da vorbeilaufen. Es erstmal gesehen werden. Nun Nude. Navi bereiten sich auf den nächsten Tower vor. EG gucken, dass sie das getradet bekommen. Net Worth ist noch ein bisschen vorne für EG. Einfach, weil sie den Tower Vorteil auch haben. Der Tower Vorteil ist aber auch das einzige, was vorne ist. Im Rest im Net Worth, wir sehen es schon. Even. Even, Even. Funnex ist ein bisschen weit zurück, ja. Aber Funnex hat immerhin einen Nekro. Nämlich Nekro 2. Und einen Raw. Und das ist halt das Hauptding, was diesen Helden ausmacht. EG gehen jetzt auf den Tower. Glyphil ist noch drin. Navi bereitet sich vor, einfach weiter zu gehen. Denn hey, hier ist wieder ein recht enges Gebiet. Und da ist auch wieder eine API sehr, sehr mächtig drin. Und halt auch mit der Wurst, mit dem Empower, haben sie halt auch, besonders wenn es eng wird, sehr gutes Line-Up, um da zu fighten. Das heißt, Navi hat doch ein interessantes Pushing-Line-Up. Hat auch mit dem Nekro, mit dem Boar, mit Chan-Creeps können sie pushen. Und gleichzeitig halt auch wunderbar eigentlich fighten. Einfach, weil es im Tower meistens eng ist. Auch auf der Top-Lane. Wird es wieder sehr eng auf der Bottom-Lane? Geht es so? Dann können sie durchaus halt hier verteidigen, wo es vielleicht nicht so eng ist. Und sie hat ein bisschen gespaced stehen können, aber trotzdem. Ja, Navi holen sich jetzt zurück, was sie in der Lange-Stage verloren haben. Und Navi holen sie es stark zurück. Nekro 3 auf Funnex, der jetzt auch die nötige Invis-Detection hat. Sodass ein Invoker vielleicht ein Problem bekommt, soweit er sich hier irgendwie mit dem Ghost-Druck zeigt. Zum Mail generell hat mit dem Orchid halt noch nichts anfangen können. Denn sobald das Orchid da war, hat Navi gegroupt. Und das ist eine harte Sache. Weil viel von Pick-off-Potential basiert auf dem Mail, basiert auf dem Orchid. Und bisher konnte er damit noch nichts machen. Klar, EMP-Tornadoes sind im Teamfeld halt auch stark. Aber halt auch mit dem Blink jetzt. Es ist ein Pick-off-Invoker, der auch ganz gut Escape hat, ja. Aber bisher hat er die noch nicht finden können. Halt auch mit dem Hawk oder so. Es ist recht einfach, da es zum Mail zu finden. Wird hier gefunden, aber halt auch schnell weggeblinkt. Ghost-Walk an. Und das war's. Okay. Die Tether war sehr lange, aber nein, es war nur... Es war nur den Lex zu schulden. Ich dachte schon, da wäre irgendwie ein Blink-Dagger oder sowas da, um die Tether weiterzumachen. Aber nein. EG. Versucht's mit dem Smoke selber. Invoker baitet wohl. Und der Smoke kommt hier rum. Die Hawks sind wunderbar gespaced. Wir haben hier einen Hawk. Wir haben den zweiten Hawk hier irgendwo oben. Aber... Wer hat nicht gesehen. Danny kommt hier rein. Kann er genug blinken? Nein, er kann nicht blinken. Puck kriegt die Initiation. Dreamcoil ist aktiviert und schneller Kill-Off auf Dandy. BKB an von Hervorst, obwohl er nichts sieht. Findet hier wahrscheinlich vier. Fink hat aber einen Blink-Dagger. Kommt hier weg. TBD. Blink von Hervorst ist da. Entscheidet sich nicht zu blinken. Aber Puck geht jetzt hier down. Wie sieht's mit Hervorst aus? Wird er jetzt mal vorderlich blinken? Der Deathboard kommt von deinem Bottom-Ground hier runter. Nein, von oben. Macht einiges in Damage zu Mellies. Hinten wird wahrscheinlich Whisp bekommen. Goblek ist auch low. Und der Vos springt jetzt hier auf vier. Wird zurückgeworfen wegen dem Gast. Kommt nicht ganz ran. Ist noch gesilenced. Kann jetzt ranspringen. Da kommt der Hit raus. Aber okay. Ist auf dem Highground. Holt sich lieber PPD. Swap zurück. Aber es hilft nichts. Drei für drei. Sehr klatsch. Sehr komisch. Aber hat auch so Maeve von hinten schön gemacht. Wieder ein Even-Team-Fight. Obwohl eigentlich EG ein bisschen voraus waren. Deathboard hat super eingeschlagen. Aber halt auch Puck. Universe mit den Actions. Und so Maeve räumt halt von hinten aus. Vier hat zum Glück bislang halt das Vorteil, dass er, wenn der Gast online ist und Vos kein BKB hat, halt einfach, er kommt halt recht einfach von ihm weg. Ja, guten Morgen Blacklight. Sicher mag man es jetzt auch mit dem BKB. Wird vielleicht dann diesmal mit, gegen Puck das besser turnen können. Letzten gesehen halt einfach kaum der Silence, Dreamcoil und der Burst. War nicht schnell genug zum Blinken. Und hat es bezahlt. Mit dem BKB wird das ganz nicht anders aussehen. BKB raus. Den Silence durchbrechen. Vielleicht eine schöne API und einen schönen Counter-Nissade damit herausforcen. Werden wir sehen. Trotzdem erstmal 10 gegen 10. 10 für 10. Super even gerade. Und das mit der Laning Stage. Das ist ein starker Win erstmal für Navi. Einfach, dass sie es so weit zurückholen konnten. Die Frage ist halt, ob sie es weiter durchziehen können. NG hat im Late-Game, beziehungsweise jetzt gerade das Mit-Game, was jetzt losgeht, doch ein ziemlich starkes Line-Up. Wir haben halt einfach den Damage, der rauskommt. Und wir haben halt auch Control für den Invoker, die jetzt nicht wirklich weniger wird. Und halt auch Puck hat die nötigen Initiation-Skills, wo da was zu machen. Trotzdem halt für Navi, wenn die PA und einen Magnus, so dass im Late-Game da halt schon gute Möglichkeiten vorhanden sind. Und doch ein ziemlich scary Line-Up existiert. Die Verbindung aus Nicht-China. Das ist auch gut. Ja, alles aus Nicht-China hat Lags. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass hier in Game nicht so viele deshalb zugucken. Okay, ja. Ich habe Lags. Ich gucke aus Deutschland zu. Wie war das? Eigentlich, BTS sollten, naja gut, aus Amerika anscheinend die bessere Leitung. Es ist halt nur einmal durch den großen Teich, beziehungsweise durch den großen gegenüberliegenden Teich. Und dann, ich weiß gar nicht, ob Amerika direkt nach China Glasfaserkabel hat. Da haben wir jetzt halt, hm, da bin ich sicher. Amerika hat nach Kuba keine Glasfaserkabel wegen dem Embargo, aber nach China haben sie kein Embargo. Das ist nämlich nicht offiziell. Von daher sollten da eigentlich Glasfaserkabel liegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste man mal gucken. Oh, Sumel wird hier nicht gettet. Aber keine Detection. Oh, doch, der Smoke kommt hier raus. Wer hat denn hier wieder einen Smoke gehabt? Okay, Vanscore hat einen Smoke gehabt, den ich schon nicht mehr gesehen hatte, weil er schon aktiviert wurde. Aber die Embargo kamen drei Sekunden später raus. Von daher schön gemacht von Vanscore mit dem herzlichen Dust und nicht Smoke. Ja, mein Gott. Und alles Pulver. Alles Pulver, ja. Wisp zündet das weiße Pulver. Mach deine Staubwolke. Und der Was wird so high, dass er schnell irgendjemand einen Down macht. Okay, Goblet hat keinen Leg, sondern Goblet steht einfach nur hier. Ich dachte so, wow, es ist ein Leg. Aber nein, er hat einfach nur den S-Knopf gedrückt. Das geht natürlich auch. Ja, aber ja, die anderen Spiele hatte ich eigentlich auch. Ich glaube, am Ende wurde es halt besser. Meistens, gegen Ende. Aber keine Ahnung warum. An Dota kann es nicht liegen, von daher war es wahrscheinlich nur Glück. Aber vielleicht, je später das Game wird, desto mehr spielen sich Dinge ein. Desto mehr merken Server-Adments, dass sie die Server abrauchen. Aber ich weiß nicht hier, ähm, es ist nochmal diese chinesische Facebook-Seite. Ne, Huawei war der Provider. Bin ich ganz sicher, sonst könnte man hier mal pingen von Deutschland, wie es generell nach China aussieht. Dann haben wir halt ungefähr die Pings. Aber teilweise, was das halt hier für Loss eigentlich ist, ist es halt zu viel. Naja, Net-Unterschrift-Graf. Zum Ende Graf, wir haben 300, ne, 600er Pings, ja. 600 Pings in nicht normaler China. Definitiv nicht. Von daher, ja, und mit einiges an Standard-Erweichung. Na gut, Navi leckt sich vorwärts, gehen jetzt tatsächlich High-Ground. Sie stehen 10, 11, alles ist komplett even und trotzdem sagen sie einfach, okay, fuck you, wir gehen High-Ground. Aegis läuft noch nicht ganz aus, aber bald. Und klar, sie versuchen sie halt so weit wie möglich noch zu nutzen. Universe mit vorwärts und den Puck-Plays, um ein bisschen den Push zu delayen. Die Indos machen jetzt ein bisschen den Damage. Die Kask bounced. Aber der Push. Ja, noch stehen Shane Creeps. Also Tür steht dort und lässt sich pick-offen. Da kommt der letzte Hit. Gar, Herr Wurst ist da nicht schnell genug in die 9 gewesen. Hätte er, glaube ich, noch die 9 können. Damn Place. Ja, mit dem High-Ground sieht man dann auch den Hawk, aber die Sentry sieht den erstmal nicht. Jetzt kommt die Dinge rein mit dem Lag. Okay, PPD wird hier sehr schnell low gehen. Deathwatch steht in einer sehr guten Position. Und Herr Wurst lebt immer noch. Hat die Aegis. Wird sie immer noch nicht benutzen. Was ist das für ein Group? Na, Pi, wunderschön gemacht. Und zwei Leute von EG down. Wisp, ne, das waren die Boards. Die sind nicht Wisp selber. Killings, Prefile, Wurst und Sunly Racks. Okay. Ja, mit den Legs ist das noch viel unklimatischer, als es eigentlich ist. Ach man, ich würde es auch so gerne, denn die APs hypen. Aber nein. Auf einmal stehen Leute nebeneinander und denkst dir, hey, Leute stehen nebeneinander. Das ist ziemlich groß. Hey, eine AP wurde benutzt, um das zu tun. Hm. Na gut. Na, ich weiß nicht. Was sie auch das Möglichkeit tatsächlich haben, ist, äh, Dandy und Goblet können hier zusammen Sandpack-Squeers machen in den Fountain. Das wird auch so ne Sache. Das Problem ist, es ist halt super greedy. Wenn sie das irgendwie der Basis machen wollen und das Skewer halt verkacken, dann ist halt irgendwie Dandy in der Basis und sie stehen 4 gegen 5. Ist vielleicht nicht die sinnvollste Aktion zu tun, aber hey, wenn sie irgendwie kleine Pickoffs hatten, könnten sie das vielleicht mal probieren. Halt hier eben wäre das ne gute Sache gewesen, aber ich glaube, Skewer war auf cooldown. Tja, Rex für Navi. Wunderschöne AP natürlich. Äh, man kann eigentlich tatsächlich in diesem Game halt gerade nur im Nachher halt gucken, was eigentlich passiert ist. Das war, Herr Wurst da reingegangen ist mit dem langen BKB. Hat halt auch die Aegis, deshalb hat er dann halt noch mehr, äh, ist dann noch mehr Herr Wurst, auf Herr Wurst gegangen. Jetzt... Holy fuck! Okay. Blink, Abyssal Blade, Crit und dann war das was für Universe. Ja, Herr Wurst dreht Klaus-Spiel alleine, Karate-Spiel alleine, 6-0-6 tatsächlich und das bei dieser Laning-Phase. Herr Wurst reißt es rum. Äh, ja, und auf einmal blinkt er und... Na, Legs. Noch sind keine Leute tot. Ah, okay. Herr Wurst geht halt weiter vor mit dem... Mit dem Scream können sie da alles machen. PPD ist auch down. Jetzt down. Okay. Ah, das ist bitter. Ja, und Herr Wurst schnetzt sich einfach... Er hat immer noch die Aegis. Und die sollte schon mal auslaufen, oder nicht? Na, dauert noch. Okay, das kam mir länger vor, als es war. Ja, und einfach mit der Aegis macht Herr Wurst noch mehr Wurst-Aktionen, als er es schon eigentlich tut. Und ja, Herr Wurst und Navi sind stark am Kommen hier gerade. Starke Aktionen davon. Und gehen jetzt noch weiter Highground. Die Frage ist, was Aegis dagegen tun kann. Sieht noch nicht viel aus. Viel kommt einfach hin, wird initiated und geht zurück. Und Navi gehen halt einfach wieder zurück. Aegis könnte doch nichts irgendwie tun, als dass Navi overextenten würde. Dives bis hierhin sind halt einfach keine Overextenten gerade für sie. Und das ist halt schon krass. Und versucht mit dem Smoke ein bisschen zu machen. Aber nein, Navi hat die Objective. Navi weiß halt auch, dass langsam die Aegis auslaufen wird. Und da gehen sie hier wieder zurück. GG von Aegis. So einfach, ja. Vollkommen zurecht. Vollkommen antiklimatisch. Aber hey, mit diesen Legs ist das Game halt auch so generell da. Celebration Relocate von Vanscore hier zum Glück. Und Navi gewinnt tatsächlich extremst überzeugend. Das erste Game gegen Aegis. Wunderschöne, richtig starke Performance. Von Navi. Und Aegis. Trotz dieser extrem starken Anfangs konnten sie nichts dagegen tun. Extrem krass. Starke Performance. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es halt alles Navi war. Haben Aegis nicht so viele Fehler gemacht. Und sie konnten halt einfach nichts gegen die PA tun. Und dieser krasse Outdraft, der am Anfang das sah. Naja, diese TPA hat sich einfach komplett ausgezahlt für Navi. Also schön gedraftet, Go Black. Aber naja, Best of Three kann auch nicht sein. Mal schauen, wie das Game 2 wird. EG gegen Navi in der Dota 2 Asian Championship 2015. Playoffs. Upper Bracket. Die erste Runde. Noch ist nicht viel da. Aber naja, jetzt geht es um alles für EG. Und es geht um, naja, einen weiteren Platz für Navi. Bis gleich.